Gerade mit dem Trecker samt Anhänger auf dem Acker in Nährstedt angekommen, stimmten sie auch schon los. Die Kinder des Kindergartens Fili Booster aus Bretthorf. Sie waren geschützt durch Regenkleidung und bewaffnet mit Eimern. Das Ziel, Kartoffeln aus dem Boden buddeln. Sogleich machten sich die fleißigen Kartoffelbauern daran, möglichst viele Säcke mit den wertvollen Erdäpfeln zu füllen. Den Kindern gefiel es. In Kleingruppen buddelten und wühlten sie in den Furchen des Kartoffelackers, bis der Anhänger des Treckers voll war mit gut gefüllten Kartoffelsäcken. Sylvia Lüdtke, Mitarbeiterin des Kindergartens, ist froh, dass die Eltern der Kinder die Aktion so gut unterstützen. Auf dem zur Verfügung gestellten Kartoffelacker von Dietz Wichers geht auch das NWZ-Projekt Duell der Felder in die nächste Runde. Am 9. September ernten Journalisten ihre Kartoffeln von 9 bis 14 Uhr. Gemeinsam mit den Junglandwirten laden sie zu einem kleinen Fest an der Brettoffer Straße in Nährstedt ein. Besucher können sich Tüten mitbringen und kostenlos die geernteten Kartoffeln mit nach Hause nehmen.